Hallihallo, schön, dass du da bist. Ich bin Lilly von Annes Stempel Design und in diesem Video zeigen wir dir den Monatsstempel Juni 2024 im Detail. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Ruckzuck sind wir schon im Juni und der erste Stempel ist dann auch der Juni. Der nächste Stempel passt nicht nur zum Juni, sondern das ganze Jahr über. Entdecken kann losgehen. Und den Schriftzug kannst du wunderbar ausmalen. Und er passt auf die Krealis-Stanze mit Stitchline und abgerundeten Ecken. Außerdem eignet sich der Stempel auch super als Titel. Im Juni ist dann auch hoffentlich Sommer. Dieser Text ebenfalls gut zum Ausmalen. Im Sommer können wir Sonne tanken. Die Seele baumeln lassen. Und den Moment genießen. Der Sommerausflug darf nicht fehlen. Vielleicht ja mitten im Nirgendwo. Vieles kann man nicht in Worte fassen. Den Sommer gibt es noch etwas kleiner und in dem Kästchen. Im Juni geht es für manche auch schon in den Urlaub. Da passt der Stempel Urlaub erleben erholen. Und im Urlaub erleben wir tolle Momente. Und sammeln eine wertvolle Erinnerung. Vielleicht sind wir nachtaktiv. Egal ob nachts oder tags gilt das Motto. Leben ist das, was du tust. Wenn wir im Urlaub sind, können wir den nächsten Stempel mitnehmen und die Postkarten damit bestempeln. Deine Urlaubspost ist da. Für ganz viele gilt, wahres Leben beginnt am Sandstrand. Zu diesem Stempel passt die Crafty Mosen Stanze mit abgerundeten Ecken. Die gleiche Stanze passt auch für den Stempel Strandliebe. Aus diesem Sommerstempel kannst du super embellish machen. Immer passend in der Farbe, die zu deinem Projekt passt. Den Stempel kannst du auch auf dein Urlaubspost stempeln. Und passt daher perfekt zum Stempel. Deine Urlaubspost ist da. Im Juni haben wir als Motivstempel diesen Leuchtturm. Und der Leuchtturm weckt maritime Gefühle. Auf dem Wasser darf das Gummiboot nicht fehlen. Und dann erleben wir ein Küstenglück. Erkunden die Küstenregion. Und klettern auf die ein oder andere steile Küste. Im Juni gibt es wieder einen Pfeil. Diesmal in einer gestrichelten Linienvariante. Einen Klecks, der so ein bisschen wie ein Spritzer aussieht. An den Küsten kann es auch etwas steinig sein. Das Wetter windig. Oder auch sonnig. Wenn wir am Strand sind, ist es sandig. Und manchmal regnet es und dann werden wir nass. Im Sommer macht es auch sehr viel Spaß, einen Erlebnispark zu besuchen. Und dort gibt es den ein oder anderen Nervenkitzel. Oder wir befinden uns im Adrenalinrausch. Zusätzlich gibt es auf dem Monatsstempel Juni drei unterschiedlich große Punkte. Die du farbig stempeln und embossen kannst. Dann sind sie wie Animal Dots. Weil die geklebten Animal Dots nach ein paar Jahren wieder abfallen. So geht es uns zum Beispiel ganz oft. Das war das Monatsstempel seit Juni 2024. Mit insgesamt 31 Text- und Wortstempeln. Die drei Punkte. Der Klecks. Der Pfeil. Das Sommermotiv. Und der große Leuchtturm als Motivstempel. Die Monatsstempel sind immer limitiert. Werden also nicht nachproduziert. Und unsere Stempel sind made in Germany. Der Monatsstempel einzeln kostet 26,90 Euro zuzüglich versandt. Und wenn du dir das Monatsstempel im Stempelabo sicherst, dann kostet der Monatsstempel nur noch 21,90 Euro je Monat zuzüglich versandt. Außerdem sparst du als Stempelabonnent auch noch zusätzlich bei allen anderen Stempeln bei uns im Shop. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.